Jetzt passt gut auf. Ihr nehmt eines von diesen Babys, werft es in die Richtung eures typischen Joe der Ork-Kinders, schließt eure Augen ganz fest und wuscht kurz darauf, rennt er wie manisch im Kreis, schreibt wie verrückt und treibt sich die Aug-Gäpfel ganz so wie Onkel Sven, nachdem er drei Tage auf Rübenbrei-Entziehungskuh war. Alles in Ordnung, nehm ich an. Ja, der verkauft komische Sachen mit einer komischen Art. Halt, Gnome, im Namen der amnischen Finanz- und Steuerbehörde. Wo sind wir da hineingeraten? Ah, nicht schon wieder. Dieser geistig rückständige Steckrübenhass in der Abschau vom Counter. Hat nichts besseres zu tun, als einem ehrlichen Geschäftsleiter von Abzeiten, illegale Blitzer zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Hier kommt er, gibt Bedeckung. Alles in Ordnung, nehm ich an. Jan Jansen, Gnomische Einwohner Amts. Ihr seid der Steuerhinterziehung sowie dem illegalen Verkauf illegaler Güter auf illegale Weise für schuldig befunden worden. Sehr viele illegale Sachen, die er gemacht hat, hä? Tags, mein alter Freund. Ich tue mir ein großes Unrecht an. Ich würde doch nie das Gesetz brechen, wie mein Papa immer gesagt hat. Es reicht. Ihr werdet mich nicht wieder mit euren verdammten Geschichten ablenken. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Kicher. Ja, sein Wächter. Schnauze, Latrinen-Dienst winkt. So ist es besser. Wir sind euch seit Tagen auf der Spur, Jansen. Wir haben euch auf frischer Tat mit dem Verkauf eurer gefährlichen und illegalen Apparate ertappt. Was für ein grausames Schicksal. Vor einem alten Freund fälschlich angeschuldigt. Ich bin nicht euer Freund, Jansen. Ihr seid niemandes Freund. Oh, ist das so? Also macht es euch Spaß, euch um verdreckte Nachttöpfe zu kümmern? Tut mir leid, mein Herr. Diese Arbeit bringt mich nochmal ins Hirnhaus, das schwöre ich. Und wer seid ihr? Wohl kaum mein ständiger Kunde, diese Schurken. Habe ich nicht das Recht zu schweigen? Ich bin Talisa auf der Suche nach Abentor. Das geht euch nichts an. Ich bin Talisa. Nur Talisa hat oder hat dieser Gnome nicht versucht. Euch illegal ist Handelsgut und um es deutlicher zu sagen, Monsterverscheucher, wie dieser ähnliche Gnome sie nennt, zu verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Wir haben uns einfach über das Wetter unterhalten. Yasser hat versucht, mir einen Monsterverscheucher zu verkaufen. Ich bin nicht hier, um eure Fragen zu beantworten. Ich habe nichts Böses getan, also lasst mich in Ruhe. Werden wir jetzt ein rechtschaffen guter Paladin? Ja, müssten wir ihn eigentlich verpfeifen. Ich biege mir das eigentlich immer bei den Paladinen so hin, dass ich sage, ich diene... Helm, der ist ja von der Gesinnung her neutral gut, nicht rechtschaffen gut. Und der hat halt das Dogma, dass man Leute beschützen sollte, auch wenn sie, ja, nicht unbedingt im Recht sind. Aber wenn sie arme Säule sind, wie es Jan zum Beispiel hier ist, da wir hier aber eine Kämpferklerikerin spielen, die von Natur aus neutral gut ist, machen wir nicht das rechtlich Richtige, sondern einfach das richtig Richtige. Weil dieser Trax ist ein schmieriger, geldgieriger Bürokratenhai. Und Jan hat Familie, die er versorgen muss. Deswegen verkauft er Steckrüben. Bäh. Also, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Wir haben uns einfach über das Wetter unterhalten. Verflucht. Euch hat der Gnome auch gekriegt? Also, ihr könnt nicht länger in Ad Kattler ausieren. Ad Kattler. Was euch betrifft, Halise, ihr habt euch einen gefährlichen Feind geschaffen. Wer ist dieser gefährliche Feind? Ich, Idiot, los zur Amtsstube. Da geht er hin, ein wahrhaft widerlicher, bösartiger Mensch. Dagegen kommt mir ja noch Onkel Kratzi wie ein Heiliger vor. Ach, egal. Wie es scheint, bin ich wieder mal aus dem Schwarzmarkt ausgeflogen. Zumindest so lange, bis ich mir ein Vermögen zusammengespart habe, um meine Geschäfte wieder ins Holz zu bringen und Trax vorgesetzt, anständig zu bestechen. Benötigt ihr vielleicht noch einen Mitstreiter? Ja, welche Fähigkeiten habt ihr denn für die Gruppe zu bieten? Ein schlagfertiger Mund, eine gehübte Hand an der Armust und all die illegalen Gerätschaften, die ich mir nur ausdenken kann. Das klingt ziemlich nutzlos, Grum. Also ja, er ist eigentlich ein neutraler Charakter. Ich glaube, er ist chaotisch neutral. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich ihn in der Gruppe hatte. Er ist allerdings wie Immoin ein Magierschurke. Wobei er sich halt nicht so gut verstecken kann wie Immoin, aber gut Schlösser öffnen kann. Also eigentlich ist er besser als Nalya. Allerdings will ich ja nachher, da wir eh... Naja gut, wir haben mit Airy als einzigen den Markier drin. Ich will eigentlich nachher wieder Hirshimo drin haben. Aus bestimmten Gründen. Solange bis wir Immoin wieder haben. Und ja, wir kriegen Immoin definitiv wieder. Deswegen will ich Jan jetzt erstmal nicht mitnehmen, weil wir haben schon eine Meckerziege, eine Neutrale in der Gruppe, die irgendwann wieder anfängt rumzumotzen, wenn wir zu viel Ansehen haben. Zwei von der Sorte machen das dann noch etwas unerträglicher. Also im Moment benötige ich jemanden wie euch eigentlich nicht. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr werdet schon sehen, was ihr an mir vermisst. Falls ihr eure Meinung geändert, findet ihr bei mich in der nicht ganz so opulenten Hälfte der Stadt. Man könnte es auch als die Slums bezeichnen. Ich stehe vermutlich gerade hinter einem Steckrübenaufstand und versuche mir langsam und mühseig genug Geld für eine ordentliche Bestechung zusammenzusparen. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, neuer Tagebucheintrag. Einmal haben wir Viconia gerettet. Ich habe Viconia vor einer Gruppe durchgekleidter Fanatiker gerettet, die sie wohl in der Stadt entdeckt hatten und sie nun an einem Pfahl verbrennen wollten. Sie sagte mir, dass ich sie im Friedhofsviertel finden kann, sollte ich sie mal brauchen. Ja, das wäre halt für eine böse Gruppe dann das Pendant zu Jahira. Ich habe einem Fechter namens Roger in der Kanalisation geholfen und für ihn einen Seetroll erlegt, der ihm arge Probleme gemacht hat. Das ist ja alt. Ja, die Hans sind im Gefängnis. Ich habe diesem geschwänzigen Trickbetrüger von Gnobar Sopache geholfen und die Angelegenheit mit den offiziellen Stellen für ihn geregelt. Er hat mir angeboten, sich mehr anzuschließen, sollte ich ihn je benötigen. Ich muss ihn nur in seinem Zuhause im Slumviertel aufsuchen. Er hat behauptet, er würde sich bis dahin mit dem Verkauf von Steckrüben durchschlagen. Aber irgendwie habe ich daran massive Zweifel. Gut. Wer bist du? Hört, hört. Es ist ein heißer Morgen heute. Ein so ein Schiff sticht in Richtung Mazdika in den See. Tiefwasser und Neuarm streiten um Rohstoffe. Ja, das kennen wir bereits. Helmshaven ist der Augapfel von Neuarm. Tiefwasser will Einfluss ausdehnen und plündert unter dem Blickweintel der Diplomatie. Der Rat der Sechs sendet eine Armada von Helmpriestern und Söldern, um die tiefwasserschen Händler zu vertreiben, bevor die Einheimischen die Veränderungen riechen. Mögen die sieben Himmel verhüten, dass Metall oder Magie den Kolonien in die falschen Hände geraten. Ärger zieht sich zusammen, versammelt Freunde. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hier habt ihr es zuerst vernommen. Schlechte Nachrichtenreisen schnell und Unglück breitet sich wie ein Buschfeuer aus. Euer ergebender Diener liest aus dem Warenbuch und bringt euch die jüngsten Nachrichten aus den Reichen. Was ist mit dir? Ihr seid ein Fremder. Oh, der Kleine Harps ist so niedlich. Kann ich ihn haben, ja? Ihr könnt Ponik haben, Junge-Dame, aber ihr könnt ihn streicheln und ein bisschen Dutzi-Dutzi mit ihm machen, wenn ihr wollt. Äh, ja. Was haben wir hier? Unterling. Wer, ich, ich bin ja immer, nur ein Speichellecker. Mhm. Hm, für einen Elf habt ihr wirklich ein hübsches Gesicht, Mädel. So schöne blaue Augen. Vielleicht sollte ich die Sache mit Oriana vergessen. Wo wir beide gehen zusammen irgendwo hin, ja? Hm. Mir wäre es lieber, wenn ihr es bei irgendeinem, bei irgendjemand anderem mit einer Speichelleit versucht. Onkel Krell hat mich vor perversen alten Männer wie euch eindringlich gewarnt. Ich war schon erledigt. Was passiert, wenn ich mit Jahira rede? Verschwindet, Bürger. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Komm, ich habe lange so keine Lust mehr hier zu warten. Wenn ich noch viel länger bleibe, wäre ich, glaube ich, ernstlich wütend. Vielleicht brauchen die Leute hier nur einen raschen Tränen, die Weichteile. Ja, also das ist ein neuer Ansatz. Nein, ich habe nur selten Zeit zum Lesen. Zu viel Arbeit. Wir bräuchten eigentlich mehr Leute wie euch im Rat. Nein, bloß nicht. Lasst Minzke neuen Rat und es geht bergab. Hm, hinfort mit euch, Bauer. Was der großartige Fürsten Pellos sagen möchte, ist, dass er viel zu sehr damit beschäftigt ist, die Stadt zu überprüfen, als dass er im Moment mit euch sprechen könnte. Hat er noch mehr zu sagen? Verschwindet, Bürger. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Dass gegenwärtig eurer Name nicht präsent ist. Ich bin sehr gut in der Lage, selber zu sprechen. Ja, natürlich, eure Anwärtsbewusstigkeit. Meine Entschuldigung, euer Gnaden. Ja, er befiehlt jetzt diesen versammelten Bauerntum, sich zu verziehen. Ihnen hängt sein Geruch an, der mich beleidigt. Ich helfe schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Ja. Komm. Berührt mich bloß nicht. Sprecht und dann verschwindet. Hm, also ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht. Äh, Verspillos meint, dass im gegenwärtig eurer Name nicht präsent ist. Ja, das kennen wir schon alles. Wie kann ich, ich versuche immer mein Bestes. Was sagt Dahlia? Verschwindet, Bürger. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Gut. Ja, was immer ihr wünscht. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier hinten das Regierungsviertel verlassen. Das wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal ins Ratshaus. Wie wird das hier geschrieben? Gebäude des Rates der Sechs. Genau, also die sechs Ratsmitglieder, die Amt verwalten. Seid gegrüßt. Ich kenne euch. Oder vielmehr sind beim Gewitter eure Taten bekannt. Ich denke, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Maden. Ich vertrete einen der Meisterfahrer Kattler aus dem Orden der Verhüllten Magier. Er besagt, sich nicht eure Dienste in einer dringenden Angelegenheit in Anspruch zu nehmen. Die Verhüllten Magier, sie sind diejenigen, die immerhin verhaftet haben. Ich hätte größtes Interesse daran, mit ihnen zu sprechen. Davon weiß ich nichts. Wie ich bereits erwähnte, vertrete ich einen Magier, einen gewissen Meister Tolgerias. Vielleicht könntet ihr mit ihm über diese Immo entsprechen. Ich will wissen, welche Rolle ich dabei spiele, bevor ich mit irgendjemandem spreche. Diese Angelegenheit ist sehr delikat. Ich wurde nur über wenig Dinge aufgeklärt. Tolgerias, für den ich spreche, will euch dringend treffen und die Sache mit euch besprechen. Gut, sagt mir, wo ich diesen Tolgerias treffen kann. Er wird sehr erfreut sein. Meister Tolgerias hält sich im Regierungsgebäude hinter mir auf. Ihr könnt hineingehen, lasst euch nicht aufhalten. Gut. Wofür auch immer er den Hampel da draußen braucht, dass der mir sagt, dass ich hier reingehen soll. Ja, hier sind wieder armlische Soldaten und sehr viele Leute. Hütet euch ausfällig zu werden, Bürger. Vor allem hier. Ja, weil das der Rat der Sechs ist. Dies ist der erste König von Am, Esmeltorlav. Er hat das dann vor beinahe tausend Jahren nach dem Zerfall des Schwun-Imperiums gegründet. Auf dem Thron hinter der Statue hat wohl schon lange niemand mehr gesessen. Thron hinter der Statue? Da ist niemand. Da ist kein Thron. Diese Statue wurde zur Erinnerung an die Kapitalisation von Ullatus errichtet. Der Mastika-Stadt in Neuam. Ja gut, es ist ein kleines Stadtgebäude, sage ich mal. Aber es gibt viele Leute hier. Vor allem hier drüben. Und auch halt hier unten. Ein Schreiber. Lars. Und ein Beamter. Fangen wir mal mit dem Magier hier an. Der will mit uns reden. Also zuerst der hier. Ja, schön für dich. Ah ja, wie ich sehe, hat man den sich wieder als treue Seele erwiesen. Wie immer. Wie geht es euch, meine Fürsten? In Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt Fremden gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen ist.